So, jetzt hat man das beim letzten Video mit einer zuverlässigsten Automarke abgeklärt. Das wird mir auch noch Folgendes interessieren. Wie macht ihr eigentlich euren Pickern? Seid ihr eher die Typen, Typhinnen, was auch immer, die sich selber unter das Auto legt, dreckig gemacht? Oder nein, ich mache das alles in der Werkstatt und greife doch gar nichts an. Würde mich interessieren.